hallo herzlich willkommen zur open beta von jetzt habe ich den herrwiss spiels vergessen vorne mit dabei der jackal und obi-wan und ich renne direkt zu c wieder servus die mordeln ich komme mit hier oben rennt er noch einmal wie hast du das eigentlich geschafft schon stufe zwei zu sein ich bin halt krass 1 hau was für ein bob ich bin hinter der b fb das kommt mal wieder zurück zu level aufstieg ja ich habe gerade mal einfach ich habe gerade einfach mal ja ich habe gerade also wie krass wir sind ja wie er greift mich an die ich gebe ich geht zu b als war dass er eben geht würde ich sagen ich bleibe einfach mal bei stehen ist umkämpft bei mir kommt einer rein hatte ich bin noch bei wem mit einem beschäftigt ja ich komme zu c also ich bin hier auf b ich weiß nicht wer noch bei mir mit auf b ist bekommen wir kriegen besuch das kommt manchmal und dann darfst du nicht gleich l2 loslassen sondern muss das noch weiter gedrückt halten dann siehst du dann dass dann vier und drei eck da steht ich erkenne ich von wo die angreift warte 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 mark halte beschäftigt halte beschäftigt jack wo ich brauche dringend hilfe sehr gut tom wenn du kannst mich theoretisch heilen stopp stopp da greifen mich da an genau von unten dann sehr hat mich erinnern hier aus unserem team die ganze zeit wir haben alle drei punkte ich bleibe hier oben ich bleibe bei c stehen ich mich mal ein bisschen heilen ich komme mit nach a ich will mir das jetzt auch mal ansehen wie das hier oben ausschaut hübsch ist es hier ich gehe wieder runter ist totgeweint mein freund au es brennt i'm burning ich werde bei c von 2 angegriffen ich komme zu c vorne ja die sind zu dritt sogar zu dritt bin unterwegs ja die sind dort aber immer noch was ich habe noch drei sekunden dann kann ich euch wieder helfen so ich versuche im sprint einfach mal runter zu kommen gibt ein bisschen ja die sind immer noch zu dritt dort aber wir haben über 1000 punkte die können nicht mehr respawn hier schon ich bin auf dem weg ich respawn gerade ich bleibe auch noch hier oben stehen ich komme auch zu ich wir geben von oben rein an die kommen die sind haben sich auf b getraut die die leute so ich bin wieder im spiel wunderbar er hat mein block geschrottet ich muss mal kurz ähm oh die haben zähle ich hab ne exekution ich hab ihn zack die ne gebrochen ich kenne auch den beschäftiger jemanden ah gehört doch uns oder ich dann gehe ich mal kurz hoch mich heilen so und wieder rein in die rübe zack guckt man hier wieder runter ich muss wenn ihr mal wenn ihr mal zeit habt drückt mal dreieck oder haltet mal dreieck gedrückt naja dann der tornt so einfach mal hier an die leute ja wegräumen mal ein level aufstieg ach so von hier geht es auch noch zu ich komme von der anderen seite hat sein die vorbeigeschafft krass ja was für ein fieser gut dafür so die bestimmt ich wieder zu beleben oder so ja 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 also wieder zu leben vorsicht 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 haut sich alle gleichzeitig drauf wir treffen uns nur gegenseitig wir haben gewonnen wir haben gewonnen ich habe jetzt nicht gemacht ich bin mal ausgerüstet und level 3 bin ich auch ich denke mal dass wir dann auch mit der zeit kommt dass das spiel verstehe ich meine glauben wir hat auch die einführung bis zu wie fehlt du brauchst ja muss man dann gucken bei den bei deiner aktionsliste noch mal die kombos das ist was er nach unten verborgene haltung kobra angriff l nach links oder nach vorne oder rechts und x und r und dann r1 also ich würde noch gar nicht achten und stechen würde schwingen wie von rückzug ich kann wenn ich l3 vier eck gedrückt halten kannst du mit dem wickigen auch so nach vorne brechen das war das wo ich den vorhin die klippe runtergeklickt hat und guck mal eine andere mehr oh eine andere karte muss C gehen ich gehe auf C alles klar gehen wir alle C Kobe warm du bist ein kundes auf der anderen Seite glaube ich Zone C eingenommen Ränk an die man muss nur die blauen hauen ja guck mal ich gehe jetzt auf B wir gehen auf B ja geht mal auf B wir sind jetzt orange übrigens das heißt blau sind unsere gegner ja bei B ist schon gut den haben wir ich glaube oben bräuchte jemand unsere Hilfe bei A ja okay dann pass über ihr ich gehe mal kurz hoch ich gehe mal kurz hoch ich gehe mal kurz hoch warte da ist kein einer rausgekommen Gegner ja Marc ich bin bei dir ja da hast du schon erledigt bei dir ich hinter dir Marc was geht denn Alter was ist hier los oh ich halte sie raus das waren 3 ich muss noch C ich muss mich heilen lass mich doch mal durch ihr dumme Kugel Oh, die haben C eingenommen. Ne, warte, warte, wir bleiben am besten hier. Obwohl, die werden sich gleich wieder C schnappen. Oh, wir haben B verloren. Ne, ich bin bei C gerade. Dann bleib bei C stehen, sag Bescheid, wenn sie euch mal gibt. Wo sind sie die Gegner aus? Da kommen sie rein, da kommen sie, Marc. Ich seh keinen. Ja, die kommen zu dritt. Wo sind sie denn? Ach, bei dir oben, Mann. Sag doch Bescheid, dass sie bei dir oben sind. Ich hab doch gesagt, ich geh auf B. Na, mach doch sowas nicht. Ich sag, wir bleiben extra... Haben sie mich wieder alle drei niedergeknüppelt, jongen. Wie auf dem Kinderspielplatz hier. Nur ohne Treten. Bitte nicht schubsen, ich hab Joghurt im Bruchssach. Die rennt zu zähl, da rennt er noch zu zähl. Ja. Warte, 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 ich hab ihn. Oder auch nicht. Oh, hinter mir. Exekutiert. Ich bin down. Er hat mich sogar noch exekutiert, ist das für ein Arsch. Warte, 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 warte. Oh, thanks, Bro. Au. Das war zu spät, der hat mich exekutiert. Ich hab... Oh, nein. Oh, ich hab ihn fast. Ja, das war's für dich. Alleine kannst du das durch... Ja. Nillenschnitt ist nur drüssig. Ah, kackiers. Schade. Was? Will ich mich verarschen, der hat 19 Heldenkills? Oh, Arschloch. Ich hab doch, das ist unnormal, wie er mit dem Samurai abgeht. Ist das eigentlich Absicht, dass sie die gleichen Characters nehmen? Und dann sind wir wieder bei der... bei einer 9-Folge-Nachbarschaftsstreit. LOL, Alter. Ähm, lass A gehen. Ja. Ich hab ne weibliche Räder, das ist nicht toll. Ich hab die Sitzung verlassen. Ich hoffe, das war... Ach, unser Mitspieler ist raus, der wird wahrscheinlich... ...wissig, ich hab... Oh, voll die Noobs. Nö, oder Mama hat gerufen. Ja, passt auch noch. Der noch bleibt bei C, ich steh mal hier zu B, weil es ist ja recht nah. Hä? Wo ist A? Ich bin aber bei A. Äh, nein, ich doch. Dann bleib ich bei A. Nein, ich steh bei A. Achso, du bist bei A. Nö, dann geh ich weg. Ach, ne? Okay, doch. Dann weib ich ihn hier. Ich geh mal auf B. Ach, du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das ne gute Idee war. Das Problem ist... Komm, den schafft ihr da. Äh, kann mir jemand helfen? Ich werd jetzt von nem... Ich werd von 2 angegriffen. 3 meinst du? 4. Oh, ey, das ist doch nicht normal, Junge. Die ganze Zeit war da alleine. Ey, Quali von dem Stream ist scheiße. Dann ist der echt. Also bald das anfängt, sich hier zu... irgendwie zu gewählen. Was kann man da machen? Ich glaube, ich hab zum ersten Mal E.N. exekutiert. Ich glaube. Ich habe gerade drei Leute platt gemacht. Was ist hier los? Ja, ich wollte gerade sagen. Du bist vielleicht gerade ja schon frei, wa? Ich bin halt ein krasser Dude, Alter. Vor allem zwei davon habe ich exekutiert. Ha, guck mal, der haut gleich ab, Alter. Der hat Schiss vor mir. Ja, aber zu viert auf E.N. einprühlen. Ach, sicher. Wo seid ihr? Komm ran, Samurai Pussy. Oh ja. Warte mal. Die haben A eingenommen. Ja. Ich granne zu A. Jetzt haut er... Jetzt, genau, das ist der Samurai-Typ. Der haut so ab. Ja, komm, lass A einnehmen. Zone A eingenommen. Ich habe eine Exekution gemacht. Geht's, Hett? Jo. Komm zur A, geh zur A. Heil dich. Nice, Obi-Wan, Alter. Haha. Boah. Oh, fuck. Er greift immer nur von oben an, der Dude. Der Dude. Ja, ich hab'n. Ich muss mehr Energie holen. Scheiß Minions. Die haben ja gerade übelst auf den Sack. Weil haben die sich denn schon wieder A geholt? Zone A eingenommen. Ich lege jetzt hier eine Falle hin. Guck mal, wenn man rumlatscht. Packt er erstmal hier eine Bärenfalle rein. Das finde ich lustig. Schöne, schöne Bärenfalle. Der Kriegsfürst ist auch stark, also die Attacken von dem, Alter. Der rennt weg. Komm her. Ich wollte gerade sagen, die sind schon wieder bei A oben. Bin unterwegs. Der Rett hinter dir her. Hinter mir? Nee. Ich krieg' ja grad mäßig auf den Sack, Alter. Kann mir mal jemand helfen bei A? Wir sind auf dem Weg zu A. Ah. Yay. Nice, danke. Bitte, bitte. Jawohl. Gut, Leute. Das soll es erstmal gewesen sein mit Vor-Owner. Genug angeguckt jetzt hier in der Aufnahme. Wir werden es hier jetzt mal ein bisschen weiterspielen. Schaut nochmal bei dem Elchakal08 rein. Auf dem YouTube-Kanal. Der wird jetzt hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dazu aufnehmen. Wenn er nicht genug von dem Streaming kommt. Und er strebt gerade auf Twitch. Aber du hast gesagt, du willst auch noch was aufnehmen. Habituell. Naja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Da könnt ihr auch ein bisschen arg gucken. Also, macht's gut. Bis dahin und schausen.